Und damit herzlich willkommen zu Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich bin der Alex. Sofa-Zeit heißt für euch mal wieder Kauf des Monats Zeit. Wir wollen heute mit euch wieder unsere Käufe des Monats bestaunen. Und eins kann ich vorweg greifen. Der Martin hat mal wieder etwas sehr Skurriles gekauft, was man glaube ich nur mit der entsprechenden Sammelleidenschaft, Fachkompetenz nachvollziehen kann. Also Martin, spann uns nicht weiter auf die Schulter. Auf die Schulter? Nee, wie sagt man? Auf die lange Bank spannen. Auf die lange Band. Was? Auf die Folter? Wir fangen nochmal an. Und damit herzlich willkommen zu Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich bin der Alex. Freunde, es ist wieder Sofa-Zeit. Das heißt, wir wollen mit euch wieder unsere Käufe des Monats bestaunen. Den Anfang macht wie immer der Martin. Und auch diesen Monat hat der Martin mal wieder sehr skurril zugeschlagen. Er hat sich etwas gekauft, was wahrscheinlich der ein oder andere von euch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber einen Blick ist es allemal wert. Martin? Ja. Fang an! Die Fachkompetenz spricht mir aus den Augen. Und zwar, ich habe... Alex hat gesagt, es ist einfach nur Papier und ein paar Bilder und ein bisschen komisches Plastik. Altlasten. Altlasten, genau. Nein, ich habe natürlich hier... Ich packe das mal jetzt erstmal hier zur Seite. So, oder ich leg das mal hier so hin. Also, ich habe mir Prototypen gekauft, beziehungsweise erst einmal Bilder von Prototypen. Und zwar sind das Originalbilder von den... Du lachst schon wieder. Ja, die irgendein Johnny gemacht hat. Aber ist okay. Das ist aus dem Designstudio für Playmates. Und zwar zu den Star Trek Figuren. Wir haben einmal hier den Nausikaner. Wir haben Rom und Grand Nagos Zeck und Nock. DS9 Figuren. Und das Schöne ist halt, es sind halt wirklich die Originalbilder. Weil hinten ist man noch... Ich weiß nicht, Leute, die das noch kennen. Die Bilder... Das sieht aus wie irgendeine abgehalfterte Familie aus dem Plattenbau. Aber hey, es ist aus dem Designstudio. Genau, das sind nämlich Originalbilder. Aber man sieht nämlich hinten hier die... Ja, wenn Bilder entwickelt werden aus dem Fotostudio da, die Sachen. Komm, klar, Junge. Ja. Hier, ein geiler Ferengi, erste Serie. Auch aus der Plattenbausiedlung. Und, kennst du den? Das ist, wenn er dann zum Amt geht. Man braucht ja Perspektiven im Leben. Ich hab gehört, der Job als Lagerist ist noch offen. Okay. Also, kommen wir mal zum ernsten Thema. Wie gesagt, das sind Originalbilder von den Prototypen. Vier Stück. Und gezahlt hab ich für diese vier Bilder 50 Euro. Das ist ein guter Preis. 50 Euro? Oh Mann, ey. Na ja, gut. Tipptopp. Tipptopp. Und dann? Es war nur 50 Euro. Wer also die Familie aus der Plattenbausiedlung für 50 Euro haben möchte... Wir fangen jetzt auch mal an, weil das ist doch... Nein, das lassen laufen. Die Leute sollen das sehen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, ich gehe konträr mit deinen Fotos hier für 50 Dollar. Mach weiter. Du hast ja noch Besseres. Genau. Ich habe noch Originalprototypen. Das sind Hardcopies von Figuren und Köpfen. Das sind auch wieder Star Trek-Figuren. Unter anderem einer meiner Lieblingscharaktere. Und zwar Sailor. Das ist Tascha Jahr als Romulane. Krieg dich mal wieder ein, Junge. Ja, Entschuldigung. Und Riker. Ihr seht es ja auf den Bildern. Schöne Hardcopies. Beziehungsweise, ja... Köpfe. Köpfe für die Figuren. Wir packen mal die Originalfiguren daneben, damit ihr mal seht, wie das dann als Figur aussieht. Und als Schmankel. Also für die Köpfe und diese Zeichnungen. Und zwar sind das Konzeptzeichnungen aus dem Studio. Entschuldigung. Aus dem Studio. Der Designer ist David Arschowski. Arschowski? Arschowski. Arschowski. Schön auszusprechen. Der hat für Playmate gearbeitet. Beziehungsweise für das Designstudio. Anglühv heißt das. Die haben Turtles gemacht. Die haben Star Trek gemacht. Die haben Toxic Crusaders gemacht. Die sind ja aktuell auch auf Instagram relativ aktiv. Genau. Wie gehen die da nicht auch irgendwie viele Prototypen an? Wobei auf Instagram, das ist der David Warner. David Warner ist auch ein Designer, der auch für Playmate gearbeitet hat. Beziehungsweise auch für Anglühv auch Sachen gemacht hat. Der hat viel Turtles gemacht. Aber der David Arschowski. Arschowski? Ja. Ist ein bisschen schwierig auszusprechen, der Name. Der hat viel Star Trek Sachen gemacht. Und das sind so, das sind Kopien von den Originalzeichnungen. Das sind diese Kopien, die dann an das Designstudio geschickt wurden, nachdem dann die Figuren modelliert wurden. Das ist einmal hier ein Worf in, eigentlich Quatsch, das ist nicht Worf, das ist Gauron. Gauron? Krieg dich ja wieder ein, Junge. Aber du fandst die da auch gut. Ja. Aber es ist halt nur, weil du das so als Originalkopien. Also, ja. Und hier haben wir einmal einen Borg, auch wieder eine Originalkopie, aber verbessert. Beziehungsweise hier, man sieht halt, da ist dran gearbeitet worden. Das sind einfach so Designstudien, die halt dann benutzt wurden, dafür dann, um die Figuren zu modellieren. Ein Borg. Und das ist ganz okay, das Bild. Das finde ich aber irgendwie noch am coolsten hier. Das sieht echt schmuck aus. Schönes Bild von einem Borg. Und die drei Zeichnungen plus die Hardcopies. Warte mal, was ich dafür bezahlt habe. Wenn ich schon 50 Euro für vier Bilder bezahlt habe. War es dreistellig? Ja. Ey, cool. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, 100 Dollar? 130. Also für die Köpfe jetzt. Für die Köpfe und die Zeichnungen. Also wie gesagt, für mich als Star Trek Sammler ist das natürlich schon eine richtig geile Sache. Ich habe schon ein paar Prototypen, aber ich sauge halt irgendwie alles auf, was es noch so gibt an Star Trek Prototypen gedöhnt. Und das ist auch ein schönes Ding halt, einfach um den Produktionsprozess irgendwie nachzuvollziehen. Beziehungsweise mal so Sachen aus dem Produktionsprozess zu haben. Und verkauft wurden die auch. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass es von dem Designer ist. Weil das ist nämlich der, ich glaube der Sohnemann. Der verkauft die auf Ebay von seinem Vater. Die ganzen Sachen. So sukzessiv, Stück für Stück werden die jetzt verkauft. Ja. Das ist mein Kauf des Monats. Ich finde ihn gut. Mir gefällt er. Einige Leute sind da konträr. Kommen wir jetzt mal wieder zu richtigem Spielzeug. Dass es dann auch in die Serienproduktion wirklich geschafft hat. Die hat es auch alles in die Serienproduktion geschafft. Ihr habt es ja gesehen auf den Bildern. Naja. Okay, ich habe mir etwas gekauft. Ich bin ja ein großer Tim Burton Fan. Tim Burton macht eigentlich viele gute Filme. Nicht alle sind Perlen. Aber stilistisch und rein von der Optik spricht es mich auf jeden Fall immer sehr an. Und in den frühen 90ern, ich überlege jetzt gerade. Ja, frühen 90er kam ja die Verfilmung raus mit Michael Keaton in der Hauptrolle von Beetlejuice. Und in den USA gab es zu diesem Film von Tim Burton auch eine Toyline. Und der Martin und ich hatten vor kurzem einen neuen Fokus aufgemacht. Und zwar, dass wir, wir sammeln einfach auch nebenbei zu unseren eigentlichen Toylines auch Autos aus Vintage-Toylines. Verschiedene Autos. Einige habt ihr schon gesehen. Einige habt ihr schon gesehen. Hier von Last Action Hero, Demolition Man oder Turtles-Fahrzeuge, Shadow. Also von Cadillac and Dinosaurs. Genau. Und eben auch zu Beetlejuice gab es ein Fahrzeug. Im Film nicht, aber in der Toyline. Und das habe ich mir in den USA gekauft. Es ist MIP quasi schon mal geöffnet. Aber die Sticker sind noch alle auf dem Stickerbogen drauf. Es ist noch nichts zusammengesteckt worden. Also an sich ist es neuwertig. Gekauft habe ich das mit Versand insgesamt für um die 60 Dollar in den USA. Es wird jetzt von mir auch wirklich nochmal ausgepackt. Die ganzen Aufkleber kommen drauf. Und dann kriegt es einen Ehrenplatz in meiner Vintage-Car-Convolut, die ich jetzt aufbaue. Und was ich sehr schön fand, deswegen habe ich es auch gekauft. Ich finde, rein vom Design hat das Fahrzeug eine gewisse Nähe zu dem 60er-Jahre-Bettmobil. Gerade hier vorne so, diese versteckten Scheinwerfer in der Motorhaube und diese Flügel hinten. Da ist so ein bisschen die Nähe zu dem Original-Bettmobil eigentlich gegeben. Ich finde die Farbe auch sehr, sehr schräg. Und dieser große Rinder-Totenkopf erinnert mich an ein Filmauto von einem Bud Spencer, einen Terence Hill-Film. Wo sie Geheimagenten waren. Genau. K1. K1, genau. Alle liegen K1. Ja, fand ich einfach sehr skurril. Und er hat scheiß Würmer hinten dran. Er hat scheiß Würmer im Kofferraum, genau. Die können auch als Katapult quasi Gegner wegwerfen. Das Einzige, was ich mir noch besorgen werde, ist jetzt die Michael Keaton-Version vom Beetlejuice. Die gibt es aber auch für einen relativ schmalen Taler. 20 Dollar im Durchschnitt. Mock, möchte ich dazu sagen. Ja, dann freue ich mich darüber. Auf jeden Fall ein Highlight, denn hierzulande gab es diese Toyline nicht. Und ich bin mir recht sicher, viele von euch werden nicht gewusst haben, dass Kenner davon eben eine Toyline rausgebracht hatte. Das soll es dann auch gewesen sein mit unserem Kauf des Monats. Wir sind... Hauptsache alle sind glücklich mit dem, was sie gekauft haben von ihrem eigenen Geld. Das war es mit Spielzeugjäger. Ich habe dich trotzdem lieb. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, Freunde. Ihr habt es tatsächlich geschafft, wieder mal eine Folge Spielzeugjäger durchzuhalten. Das soll natürlich belohnt werden. Also, eigentlich sollen wir belohnt werden. Das heißt, Like da lassen, Abo drücken und wenn ihr noch Fragen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Das war es soweit von mir und Spielzeugjäger. Macht's gut, ihr Lappen.